Nein, das Problem ist, der ist rot. Ich habe mich direkt verbrannt. Also bist du ein Krebs. So, immer noch rot. Ja. Ja, so gesehen ja. Krebs, Mensch. Ich habe mir 100 Grad heißes Wasser... Krebs, Mensch. Sven, ich habe mir 100 Grad heißes Wasser übergekippt. Warum machst du sowas? Ja, super. Weil ich mir eine Wärmflasche machen wollte. Und ich wollte noch die letzte Luft rausdrücken. Und dabei ist das Gewinde samt Stopse rausgerissen. Und ich habe die ganze Scheiße auf die Arme bekommen. Auf die Füße, auf die Beine, auf den Bauch. Boah, ich mache mir nie wieder Wärmflaschen. Den ersten Abend... Es hat den ersten Abend saumäßig gebrannt, glaubst du mir. Also ich lag im Bett und war am Heulen. Vor Schmerzen. Ja, Anfang der Woche habe ich... Habe ich auch vor Schmerzen nur noch geschrien. So weh tat mein Rücken eben. Also ich empfehle, nicht nachmachen. Ich wäre auch nie auf die Idee gekommen. Doch, du wärst auf die Idee gekommen irgendwann. Ah, Symmetra von links! Hinter uns ist ein Affe. Ach so. Daher kommt der Schaden. Ich merke es nicht. Ah nein, die sind ja überall! Da war nicht nur ein Affe. Bin tot. Da war nicht nur ein Affe. Da waren zwei Affen. Was? Zwei Affen? Ehrlich? Ich habe nur einen gesehen und ganz viele andere. Also ich habe fünf Affen gesehen. Fünf Affen, die auch vor Ort spielen. Wenn ich jetzt eine Cam hätte, würde man auch noch einen Affen sehen. So, Affe on the rocks! Okay. Ein nackter Affe. Ein nackter Affe. Scheiße. Ein nackter Affe! Hat er dann kein Fell? Das will ich jetzt aber sehen. Daumen nackt. Vielleicht hast du ja auch einen roten Hintern. Fabian hat? Ja, Fabian hat. Was ist Fabian oder was irgendwie? Mein Affe, 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 Affe! Fölfe! 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 Ja, da komme ich da gar nicht weg. Oh Gott! Ich komme hier nicht weg! Irgendwie läuft's gar nicht gerade! ich kann dir sagen was los ist wir gewinnen nicht mehr oder jetzt kommen die ganzen sucht dies erst von der party ja das kann sein vorher waren sonst noch die kleinen kinder die sind jetzt langsam alle schlafen jetzt kommen die jünger pros oder wir brauchen bessere themen dass wir auf besseres team also noch zwei leute die besser sind als wir bessere themen habe ich gesagt dann such dir ein neues wir reden jetzt einfach über hundecot hundecot ist toll was sind denn bessere themen ich weiß nicht wundecot zum beispiel machen was immer wissen ihr schreibt doch ich hab's akustisch nicht verstanden was wir im stream immer was im spiel als beispiel was hat das mit besser spielen zu tun dann spielen wir ja noch schlechter ich soll mal mit themen anfangen ist ein pinguin kitzel warum nicht lachen das kannst du überhaupt nicht dummes zeug ist meine arbeit ich glaube ich werde sterben auf der falschen seite und warum sagt shadow er wäre ein fett war ich würde eher sagen er ist ein bärtiger fett war oder wir können auch vier gegen vier machen dieses das match das match mit s es ist spät mein namen ist dason und ich bin behindert das kruppel camp southpark wo er von einem hau gefickt wird ich glaube dass ich nicht mehr gesehen du kennst aber die make love not warcraft folge oder wo sie ww spielen beste folge ist so genial diese folge ja das ist dünnkoti also wurde koti aus dünnkot geboren und hat sich dann verfestigt ist ein fester bestandteil der welt geworden wir dürfen wählen was wir spielen leben deswegen habe ich immer überraschungshelden genommen weil du nicht weißt was du nehmen sollst nimm das worauf du lust hast spiel doch auch die war auch wenn wir schon 20 tanks haben also guten tag das schick mit kot auf dem kopf ist auch cool vor allen dingen was hat mir heute bitteschön für themen drauf melden will sich ausziehen die hat doch vorhin wo sie vom rauchen zurückkam hat sie auch gesagt dass du jetzt hier wegen ausziehen dass sie sich auszieht dann habe ich gleich gesagt nicht so manche apropos ausziehen hast du gesagt ja ja würde ich dann auch behaupten ja kommst du jetzt nicht mehr raus nobu will beweis war ich denn mal drin ich kann mich hier nicht konzentrieren aus welcher nummer oder soll ich denn rauskommen ich war doch gar nicht drin ich war doch gar nicht drin ich war doch gar nicht drin der war ich kann nicht mehr spielen wo ist der gegner der springt hier rum ich sehe hier nun Genji der durchflippt der durchfickt das niveau wir sinken und zwar schnell captain eichhorn ist nicht begeistert das niveau kann ich dir sagen wo das ist ihr seid alle vielleicht bin ich auch einfach zu naiv aber ich weiß nicht wie weit weg ich vom überhaupt bin hast du jetzt verstanden auf deiner stirn steht hurensohn gangster ist am telefon kennt ihr den typen noch okay ich glaube du kannst dich immer noch einige charaktere freuen die wiederkommt ich doch nachher weiter die ihm und du musst ja noch die eine tusse treffend ich heute hier getroffen aber du darfst dir noch mal das gespräch an alter alter wie geht der bästchen bitteschön ab die müssen wir mal töten ich krieg den aber nicht tot Sven gute idee so da ist er tot jetzt habt ihr ihn ja aber der kommt doch wieder ja dann aber ein stückchen weiter ich spiel mal jemanden den ich sonst nicht spiele er braucht nicht mehr Hilfe nein wo seid ihr achso tot wir brauchen das terrorhäschen nein wieso warum wir das terrorhäschen brauchen ja hier ist doch ein terrorhäschen guck mal da das bin zwar nicht ich aber das ist ein terrorhäschen das ist ein scheiß terrorhäschen weil ich es nicht bin oder was es hat sich nicht zum is bekannt oh irgendwo oh gott nein schon wieder hat den dieser hanschi ey hanschi 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 ja gesundheit in welchem film war das nochmal ist das nicht der von von tecken ach ja robin hood helden in strumpfhosen ach geil doch der ist ja uhr aus ja aber richtig lustig einfach boah der ist so geil das ist wie ähm wie kommst du zu dem namen latrine ja vorher war scheiße ja das ist so genial einfach oder wo den habe ich auch wo der eine blinde auf dem scheißhaus saß und dann so eine pornozeitung in blinden schrift ja das ist einfach du zu geil oh robin die hat man im griechert ihr arme abgeschlagen aber dir dafür dolle tipp aber ein paar schöne möpse sind die gewachsen ja aber das ist so geil es ist so genial einfach dieser film ja der hat genau unseren humor hilfe ich bin allein auf dem punkt nein bist du nicht ich komm auch nicht weiter ich werd immer getötet bevor ich überhaupt dahin komm jetzt jetzt bin ich allein Liz warum lässt du mich immer alleine ich hab gedacht du liebst mich nicht sterben nicht sterben bevor der Heiler kommt mobs tun euch weh ich mach euch heil ah fuck you du scheiß aahhhh was da ein oh gut jetzt fängt er schon an zu sehen ja aus macht Platz hier halt´s maul ich bin noch kein hühnchen was ist denn nun wir können nichts mehr wir können nichts mehr uh ich weiß wer's schuld ist nein ich find's nicht schnauze wenn das jetzt ja ja er will es doch nicht schieben nein hatte ich nicht vor wer meint 100 von mich Ich hatte das vor, auf Donald Trump zu schieben. Alter, da ist der voll abgegangen, dieser scheiß... Keine Ahnung. Irgendwas hat er immer zu tun damit. Yay! Warum hat hier dieser Bastion 7... Ich war's nicht. Ich hab auf dich. War einer unserer Randoms wahrscheinlich. Nein, nein. Ich hab aber auch schon... Ich hab'n Bastion gegeben, weil ich mir nie selbst den Hut gebe. Für was denn? Ich schon. Ich hab' nur Schaden geblockt und bin trotzdem gestorben. Ist hier irgendwie was? Und dann Java. Jam, 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 jam. Schön Pombäer essen. Pombäer? Pombäer? Ich hab' ohne Packung. Die sind so geil, die Dinger. Ich hab' mir als Kind mal gegessen Pombäer. Ich ess' dir heute noch. Ich bin noch ein Kind. Ich bin noch ein Kind. Achso. Im Kortens, ja. Ich hab' mir als Kind. Ja. An wen soll ich dir so viel, ich hab' keine Ahnung. Steht doch eh, warte nicht genug Spieler. Hei. Braust du die Wahl noch nicht zu treffen. Willkommen bei McDonalds, ihre Bestellung bitte. Pombäer? Pombäer? Haben wir nicht. Wir haben doch Scheißhaus. Dann eben Koti mit Pommes. Okay, dann geht's mir. Boah. Wir haben aber nur kotige Pommes. Dann eben Koti mit kotigen Pommes. Der ist aus. Was? Wir haben nur noch dünn Koti. Dann hätte ich bitte ne Kotisuppe. Kotige Suppe? Mit extra fetten Fleischstücken. Kotstückchen meinte ich. Boah. Boah, diese Themen. Scheiße, ich muss gerade an Two Girls One Cup denken. Ich bin immer noch geschädigt davon und ich hab's vor zwölf Jahren geguckt. Two Girls One Cup. Vor zwölf Jahren? Da warst du zehn? Ja. Was? Okay. Da hab ich Two Girls One Cup geguckt. Sag dir nix, ne? Irgendwas. Die alte Scheiß sind ein Becher und die lutschen dran. Okay, too much. Ich wollte nur Snickers essen, jetzt lass ich mal. Isst den verdammten Snickers. Ich wollte grad echt Snickers holen. Ich wollte grad echt Snickers holen. Ich wollte grad echt Snickers holen. Ich wollte nur Snickers holen. Ich lass mit einem Kotstück hier nuckeln. Boah, diese Themen. Nein. Das war ja nicht kacke. Kacke. Das war kacke, weißt du. Das ist kacke, kacke. Die Ruhe ist geweint. Bei mir gibt's nicht. Oh Mann. Ist auch nicht besser. Einmal was fließes Essen. Pfff. Pfff. Ich glaub sogar Nüsse war nach. Was? Mike? Sie hat nur Nüsse! Liz? Kannst du bitte Koti noch ein paar Nüsse reinmalen? Pfff! Oh nein! Pfff! Dann sieht er ja fast schon so aus wie der von Mr. Henke, der Sohn. Der ist auch mit einer Nuss im Kopf geboren. Also jetzt würde ich erst recht kennen. Pfff! 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 Vor allen Dingen Mr. Henke umarmt immer alle. Ah! Und nicht nur das. Er zaubert auf allen ein Lächeln ins Gesicht. Pfff! Welche blicken die? Er malt denen ein Lächeln aufs Gesicht. Ach er malt? Ja! Und er hat keinen Stift dabei. Ohne? Ja! Ihr kennt doch bestimmt ein paar lustige Porno-Titel, oder? Oh nein! Wie viel Geld für den Dopp und Austaus, dass wir sowas kennen? Aufschloss Bummsklappern die Nüsse. Sonderschicht im Schacht Anal. Ach ich glaub ich muss wirklich gleich ab 18 schalten. Ab gleich oder? Schatz! 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 Kopfzilla! Ein riesen Schwanze New York! Wer jetzt noch wach ist, der ist über 18 wach! Anarita 2, heute wird eingedost! Killer! Bitte! Helikopterman 2, die Rückkehr des Kreiselfickers! Oh mein Gott! Woher kennst du solche Titels? Du Scheiße! Der schaut sich bestimmt jetzt gleich heimlich an, wenn wir hier aufgehört haben zu spielen oder so. Er schaut sich noch schlimmer an. Noch schlimmer! Oma, fick mich was Corona! Alter! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter! Was ist das? Oh mein Gott! Oh Gott! Wir haben jetzt Freunde immer mit den alten Pferden. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Scheiße! Der ist gut! Der ist echt gut! Ja, der ist aber sowas von. Ja, wir haben einen Punkt! Und ihr seid die beiden einzigen, die lachen! Ja, du bist ja auch die Oma! Was?! Der schleift die 87-Jährigen! Du bist älzt! Wenn dich alt ist, was bin ich denn? Du bist steif wie dein Kreuzstock! Boah, wie ist dich das? Ja! Deine müden Knochen knacken, wie ein toter Ast im Herbst! Zählt all deine Falten, dein fünffaches Kind! Team! Ja, ich spiele noch mit, auch wenn man es nicht merkt! Hallo! Der ist tot! Weg von ihm! Explodiert immer! Wenn er stirbt! Das darf man nie vergessen! So, jetzt könnte ich auch mit den rassistischen anfangen, aber die sind übel! Nein! Vorsicht, das ist ein Jean-Franz in der Elbe! Vorsicht, das ist ein Jean-Franz in der Elbe! Wer gewann die erste Tour de France? Die siebte deutsche Panzer-Division! Wie groß ist Frankreich? Zwei Panzerstunden! Das kenn ich aber schon jetzt langsam! Ja, du kriegst sie öfters zu hören! Ja! Hilfe! Ist das irgendwo ein Best? Zählt das eigentlich als Vergewaltigung, oder? Ja, mentale! Oh Mann, da ist ein Bestchen im Loch! Ja, im Loch! Ich weiß es nicht! Ah! Das muss doch ein bisschen in welchem Loch! Könnte Schmerzhaft werden, wenn da ein Bestchen drin ist! Oh Mann! Ihr, viel Spaß mit meinem... Oh Scheiße! Habe ich hier? Ja, ich habe ihn erledigt! Ja, ich habe ihn erledigt! Wie weit ist denn dein Arschloch dehnt? Was ist denn, wenn er schießt, ne? Liss, das wollte ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen! Es tut schon genug weh, wenn er seine Kanone im Loch aufpackt! Auspackt? Das klingt ja sehr süß! Ja, ich wollte es jetzt schön verpacken! Boah! Wer ist eigentlich erster in Kills? Ich! Wieso? Kann aber nicht viel mehr sein als ich, oder? Wie viele hast du? Ich bin gestorben! Ich bin gestorben! Ich habe zehn Eliminierungen! Da kommt Panzer angefahren! Ja, zehn Eliminierungen von 18! Wie viele hast du eliminiert? Ja, ich habe neun! Ja, ich habe neun! Ja, zehn Eliminierungen! Ja, ich vergleiche das immer so ein bisschen! Das ist jetzt nicht, dass ich sage, ich muss unbedingt erster sein, sondern einfach nur, wie es zusammenspiel klappt damit! Oh, shit! Ob wir mehr zusammen killen, oder ob wir eher solo queuen! Hier oben auf dem Dach ist ein Besschen! Besschen ist tot! Ach, Besschen sag ich schon, äh... G... Gänso! Die war es aus dem Nech! Gän, 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 Gän! Die war hat keinen Anzug! Könnt ihr einfach auseinandernehmen! Boah, dieser... Dieser Gänso-Nerv! Sie ist tot! Sie ist jetzt auch nackt, oder was? Boah, der klettert doch immer wieder hoch, der Pisser! Ich kann da leider nicht so ran! Die war es wieder aus dem Anzug! Ich habe hier ein Problem... Oh, scheiße! Dieser Besschen! Nein, nein! Besschen ist da oben! Holt die runter? Mir reicht's jetzt! Es ist nur noch ganz, ganz ein wenig... Hatte nur noch ganz, ganz wenig... Ich krieg den einfach nicht tot, den Pisser! Pass auf hinter dir! Das ist so ne feige Sau, dieser Besschen! Seine Mutter ist hässlich! Alter! Jaaa! Jo! Schön gemacht! Seine Mutter ist sein Vater! Jetzt reicht's mir aber mit diesen Scheiß-Pissern hier! Also ist das ein Zwitter, oder? Ich hab's selbst... Jo, noch einer! Ich hab grad einen Dreifach-Kill noch hingelegt! Jetzt müsstest du aber mit Kills weiter... äh... sein als ich, weil... Ich krieg... Ich hab die ganze Zeit... Genji! Dann hab ich... Den Besschen! Und ich krieg die nicht... Ich krieg die nicht tot! Die nerven mich nur! 19 Kills! Nice! Ich bin bei meinen elf! Ja gut, ich war auch da... Ich war auch leider Gottes Dauer on fire! Jaaa! Dieser... Dieser fachfickte Huso da! Wie der sich da hinpflanzt! Und einfach denkt er, wer wär der geilste hier! Kann das bitte mal einer klitten? Oh, seht mich an! Ich bin ein Besschen! Uuuuuh! Ja gut, da geb ich dir sogar recht! Selbst sein Team liebt ihn nicht mehr! Ja... Mannes Ohr!